Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge von GTA 5 Online, also den Heist-Mission. Und ja, das Problem ist nur, ich habe durch einen Fehler von Fraps, der die ganze Zeit den GTA-Launcher aufgenommen hat, habe ich die Folge davor leider nicht mehr gehabt, das heißt, da haben wir schon mal das Flugzeug geklaut, womit wir später den Gefängnisausbruch planen müssen oder machen müssen. Und deswegen habe ich die Folge nicht, das heißt, wir machen nur, oder ich lade nur drei Videos, oder doch, glaube ich, drei Vorbereitungsmissionen sind das. Und dann noch das Finale heißt, von dem Gefängnisausbruch hoch, deswegen, ja, kommt die erste Folge quasi nicht, weil ich leider kein Bild dazu habe, Tonia, aber kein Bild. Viel Spaß mit der Folge. Na guckin, fuck, ist lustig. Oh ja, jetzt fall, uuuh. Wow. Soll ich beim Kieferung? Oh Gott. Erster Unfall. Nice. Maske auf, die anderen sind Schüter. Haha, ist das schweig. Alter, ich habe mich gedreht, ne? Was ein Wichs. Scheiß. Kack. Du bist nicht zu rammen. Halt deinen Maul. Darf ich den Busfahrer schon töten? Spare kommen. Du musst den Bus fahren. Ja, doch, das ist doch perfekt, wenn Jonas das macht. Ja, stimmt, weil jemand hat das nicht was. Marius, fährst du auch mit deinem Panzerauto, ne? Ich fahr, ja. Also ich fahr mit keinem, aber. Dann ist das perfekt. Ja, aber ihr fahrt beide mit dem Panzer. Okay, dann ist es am besten. Aber jemand, oh Gott. Genau, ein Schuss reicht nicht. Du musst auch treffen. Oh Gott, das ist echt kein Gelindewagen. Einen Schuss reicht wirklich nicht. Ja, ich weiß. Ist doch logisch, wenn wir auch schwer spielen. Da brauchen die Ballmenschütze immer. Oh, ja, was ist das denn? Der probiert noch. Der hat gerade kurz auch gelebt. Hey, da bin ich ja wie rausgekommen. Henrik, was haben wir gemacht? Da läuft die Wasser weg. Was sind wir bei euch? Das Fahrrad war irgendwo richtig scheißegal. Ja, ich bin dabei. Hey. Aus, Baller alles weg, was du siehst. Dann ruhig. Vor allem die Helis. Nicht den Dantid. Oh, das war netter, ja. Hallo? Hab ich gerade gelaggt? Wieso? Oh, Alter. Ich hab eine Overping, Alter. 370er. Hey. Wir müssen, Henrik, fahr mal ein bisschen. Alter. Versteht ihr mich gerade gut, oder nicht? Ja, alles gut, alles gut. Aber jetzt hab ich nur noch eine 180er-Ping. Wow. Volle, ne? Ich fahr woanders hin, wo ich... Komm rein. Komm wieder rein, ich hab mich nicht getroffen, aber ich hab gerade richtig auf den Sack beruht. Wir sollen... Ihr müsst schon das... Wir sollen den Heli abschießen, ne? Ja, mach ich. Ich mach, ich mach... Ich bin... Wir machen ja eher klug, wenn irgendjemand sich um die ganzen Polizisten kümmert. Machen wir gerade, Jonas. Ich mach sie gerade, aber ist gut. Kann keine Dingensmine werden. Nice, nice, nice. Ich hab den gequält. Der ist ausgestiegen. Ja, die anderen... Ja, Jonas, das ist perfekt. Das ist richtig. Ich fahr... Ich fahr bangleise. Oh shit, Alter. Jetzt haben wir vielleicht mal mit dem Gefängnisbus gemacht, Jonas. Ja, das klappt. Mhm. Dann kam ein Bus, Alter. Dann kam ein Bus. Wow. Ey, dann kam... Ich seh nur rechts im Gelände so ein Bus fahren, Alter. Einmal so mega komisch. Hast du keine Bullfänger? Nö, die auch nicht, halt auch mehr. Ich versuch's. Halt ein. Pass auf. Was ist von der Straße weg? Jonas, da kommt Pan in den Mitte. Da kommt gleich ein... Jump it! Ja, ist ein bisschen... Oh, fuck, Alter. Oh, fuck. Oh. Wir sehen mich nicht. Wir sehen mich nicht. Wir sehen mich nicht. Wir sehen mich nicht. Scheiße. Wieso sehen die mich hier oben? Die hatten bei mir schon diesen fucking, dass ich in der Sicht fällt. Oh, kack. Ja, aber wir haben es aufgereicht. Guck. Habt ihr abgehängt? Sehr schön, Henrik. Guten Jump gemacht. Los Lande. Ey, was ist das denn hier? Ey, ich hab ne gute Idee, Henrik. Wir fahren einfach ins Unterwasser, dann sehen die uns nicht. Ich bin einfach viel mit dem Fahrzeug hier. Ah, ich muss den Jeyes, den Bullen gerade gespawnen. Wir haben die weg. Jonas, du hast mir lästigt. Oh, kacke. Ich muss weg hier. Nein, nicht in die Gegner. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich hab's geschafft. Ja, mit meinem Skill hier. Fuck, die Bullen da, Alter. Jonas, hast du die Bullen noch? Ja. Warte, einer hatte ich noch, ja. Ramm die alle weg, Henrik. Jetzt ramm den hier rechts. Nichts, die ist noch anders. Ja, ich muss jetzt nur noch ins Gelände fahren. Wir müssen noch 6 Kilometer, oder ihr müsst wahrscheinlich noch 6 Kilometer circa fahren. Mit dem vorgepackten Bus. Viel Spaß. Wo müssen wir denn hin? Warum haben die jetzt noch auf den Solar, Alter? Hey, Nick, wo müssen wir denn hin? Doch. Zu meinem Apartment in die Nähe. Oder ist es mein Apartment? Ich weiß es gerade nicht. Okay, jetzt bleibt einfach irgendwo. Nicht zu nah an die Straße. Habt ihr noch alle, äh, Cops? Ja. Aber die bedürften, die müssen jetzt gleich wegschauen. Ja, du hast doch gut, bleib mal fliegen. Ja, ich bleib mir jetzt so viel. Nicht ganz woanders bin ich hier einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, alle von Skick. Oh Gott. Warte, bis deine Teamkameraden den Cops abgeschüttet haben. Fahr schon mal irgendwo hin, in die Stadt vielleicht. Du kannst jetzt Missionsziel schon mal markieren. Auf der Map. Ja, wo ist das denn? Mach einfach, äh, M- und Missionsziel. Kannst du auch einfach machen. Oh, du 1,2 km. Ich komme gerade angesprungen. Huh! Ist der Nähe deines Apartment, Snick? Ja, ist es doch, oder nicht? Oder ein bisschen weiter, äh, rechts gesehen von der Stadt. 700 Meter. Boah, das ist so creepy. Bisschen rechts gesehen von meinem Haus. Meine ich. Äh, 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 ja, wir sind zwar noch in der Wüste, und da sollen wir auch hin. Dachte ich auch gerade. Hä, gerade eh mal das Missionsziel, und da, ich hab das Missionsziel markiert, und da war es woanders. Ja, halt dein Maul. Ja, Jonas, ich hab von das Missionsziel markiert, und dann hat er mir in die Stadt geführt. Ja, jetzt ist es hier, äh. Aufpäffelt ein, Henrik. Wir sind keine Putti. Hä, weicki. Erste. Erste. Juli. Viete. Vierde. Sexte. Now, ich sieh. Oh, das, das ist der Typ. Wer ist der Hässler mit dem Zopf, Alter? Der guckt uns jetzt wieder so creepy an. Jonas, du siehst, du hast einen Zopf, wenn du gerne Maske trägst, ne? Hä? Das bin ich. Achso, das bist du? Das bin ich nicht. Hä? Warum habe ich nur Gold bekommen? Easy, weil ich den Helio runtergeholt habe. Ey, Leute, schuh.